Achso, ja gut. Dann halt tatsächlich übers Dach. Was soll's. Ja genau. Schieß dahin, wo du nicht hinguckst. Beziehungsweise dreh dich nicht mit, wenn du woanders hingucken sollst. Oder anderes Entwicklerteam. Kann auch sein. Glaube ich aber nicht. Mhm. Tonscherben. Ja. Das wissen wir, dass es hier einen Kampf gab. Da waren wir ja. Dabei. So ein bisschen. Irgendwie. Ein Brief. Der letzte Mord war großartig. Die Dame hatte gar keine Zeit zum Schreien. Wie soll die mich jetzt kriegen? Ich liebe meine Arbeit und werde sicher wieder anfangen. Bald wirst du wieder von mir und meinen lustigen kleinen Spielchen hören. Ich habe auch noch was von dem roten Zeug meines letzten Werks in einer Limonadenflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte wird ja hoffentlich ausreichen. Die Zeitungen druckten diesen Brief drei Tage bevor Miss Dride und Miss Eddows ermordet wurden. Unterzeichnet mit Jack the Ripper. Mhm. So viel Blut. Hoffentlich nicht deins, Bruder. Tja, wer weiß. Zwei Hinweise fehlen noch. Spieße voll. Aha. Hau drauf, Jack. Rücksichtslos und verschwitzt. Ähm. Hallo? Aha, hier kann ich mich drehen. Da konnte ich mich gerade nicht drehen. Ist ja auch komisch. Carly. Ich hab's, Jacob. Carly, die Zerstörerin. Ich gab sie dir bei deinem letzten Besuch. Es gibt eine Frau, die ihr helfen kann. Unseligerweise. Erinnert sie stark an unsere Nachbarin aus der Kindheit. Unseligerweise? Was will Jacob mir sagen? Wir haben Nelly geliebt. Meint er vielleicht unselige Frauen? Nele könnte in dem Bordell nahe Jacobs Wohnung sein. Dort fang ich an. Hm. Ach ja. Diese Geräte sind nicht tödlich. Warum Geräte? Hallo, Zeilers. Kaffee-Expertin. Ja. Ja. Ähm. Ja. Naja. Willst du mich jetzt gerade trollen oder sowas? Du solltest doch... Ja, ist auch gut so. Hm. Wenn Jacobs ehemaliger Schüler der Ripper ist, dann ist er unser Ripper. Ich muss ihn aufhalten. Weil du da drüben bist, heißt das nicht, dass ich dich nicht erwischen kann. Das ist mein letzter Kampf. Viel Spaß. Sehr schön. Na, dann reden wir mal. Hallo, Madame. Wo ist sie? Sie ist auf dem Weg zu Lady O. In Begleitung der Schläger, die uns bei der Stange halten sollen. Schnell, Sie können sie noch einholen. Jetzt komm schön mit, Nelly. Lady O erwartet dich schon. Ich will aber nichts. Lass mich los. Ich muss Nelly finden, bevor ihr was zustößt. Können wir dich richtig vorstellen? Du wärst zu der Zeit auch so drauf gewesen, wie die Dame da... Ja. Stimmt. Ih, Pferdeköttel. Köttel, Äppel. Pferde, Äppel. Hasenkötteln. Pferde eher nicht. Pferde, Äppeln. Ach, wo sind sie hin? Nelly schwebt in großer Gefahr. Da ist die Kutsche. Nelly muss in diesem Gebäude sein. Was war das gerade mit RB? Prostituierte anheuern? Oder was? Weiß nicht. Weiß nicht. Hey, ich rede mit dir. Komm her, nicht näher. Ich komme da rüber und erteile dir eine verdammte Lektion. Ich rede mit dir zu verständlich. Ich bin... Ich bin... Ich rede immer nur nacheinander an. Au! Au! Jetzt... Wir legen einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Joa, na komm. Dreckssäcke. Sie könnten ruhig mal Medizin dabei haben. Aber nö. Toll, der Eingang ist natürlich woanders. War ja irgendwie klar. Da ist auch ein Eingang? Da ist auch ein Eingang, dann nutzen wir den. Uh. Uh. Ja, ich dich auch. Sind wir hier fertig, ja? Na gut. Nein, du sollst da rein, Mädel. Danke. Ach, der ist draußen. Uh. Zwing mich nicht, dir vor den Herrschaften wehzutun. Hä? Hände weg! Still! Sei gefälligst leise, wenn die Oas spricht. Und so ist es mir eine Ehre, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass wir schon sehr bald sogar noch mehr Unselige bei uns aufnehmen werden. Ich habe Besseres zu tun. Diesen verzweifelten Mädchen. Unschuldige Opfer dieser Un... Oh. Nur keine Angst. Jacobs, Schwester. Wir können ihn nicht reden, bitte. Er tötet mich, dafür sorgt sie. Wer? Lady Owls. Jacobs sagte, sie müssen sie töten, um ihn zu finden. Lächelt und seid freundlich. Sonst sage ich dem Ripper, wo ihr schlaft, meine Schönen. Dame Fry. Schnappt euch, Nelly, und sorgt dafür, dass uns diese Frau nicht folgt. Das muss die Kutsche sein, die ich suche. Los, das kann ich ja so gut. Dankeschön. Nein, nein, nein. Gebt Gas. Was, ganz genau? Ja. Gut so. Ja. Ei, ei, ei. Na, Madame? Nein. Lady Owls. Oh. Lally. Es tut mir so leid. Sie hat mich als Köder benutzt und Flo zum Owls anwesend. Und hoffte bestimmt, dass ich sie töte. Sie hat gewusst, dass sie kommen, Miss Fry. Lady Owl fungiert als Augen und Ohren des Rippers. Wenn sie stirbt, muss Jack aus seinem Versteck kommen. Hey. Ich werde bald nach ihnen sehen, versprochen. Lady Owls wird mich erwarten. Und ich möchte sie nicht enttäuschen. Mhm. Ja. Ja, war okay. Aber nicht besser. Tja. Jetzt gibt es da auch noch was. Oh Gott. Hilfe. Entschuldigung. Bordell Bugs Row. Ah ja. Schön. Schandmeile. Ja, na dann. Spricht wie eine Lady. Was soll man denn hier machen? Schandmeile. Warum nicht? Help. Was? So. Immer wieder schön. Ja, ja, ja. Immer diese Pöbler da hinten. Üh. Ups. Es ist eine Epoche der Unterdrückung und des Puritanismus. Prostituierte werden als schändliche Sünder erachtet. Ja. Die der Rest der Gesellschaft lieber ignoriert, abgesehen von den Männern, die ihre Notlage ausnutzen. Ja, aber... Offiziell ignorieren sie sie auch. Es gibt eine Vielzahl an... Vielzahl, ja. Vielzahl an Missetätern, die diese verzweifelten Frauen im totbringenden Labyrinth von Whitechapel misshandelnden. Erteilen sie ihnen eine Lektion... ...die sie nicht so schnell vergessen. Ja. Wenn die Dame meint. Halten sie den Kunden mit nicht-tödlichen Mitteln davon ab, brutal zu werden. Wenn sie erfolgreich waren, bringen sie den ausfälligen Kunden zu Nelly. Ja, schön. Hm. Ah! Was? Hä? Oh, das ist ja... Oh. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich hab ja... Ich hab mich ja verlaufen. Moment, Moment. Moment, Moment. Äh, so viel Zeit muss sein. So reicht's hier. Ich mein, jetzt reicht's aber. Freundchen. Ich bin ja gerade so auf die sanfte Tour. Na, wofür halten Sie mich denn? Ich wollte die so unsjenige doch nur zum Tee einladen. Mal sehen, was die Londoner von ihren Taten halten. Hallo? Frechheit. Und wie soll ich den bitte bloßstellen? Angst und Schrecken, fast wie in der Uni. Ja. Wie soll ich den denn blamieren, bitte? Dann furcht, dann tue ich dir nichts. Hm. Na gut, hier ist vielleicht gerade keine Menschenmenge. Ja, 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 Freundchen. Wo laufe ich denn hier hin? Das Einsatzgebiet, ach so, das andere Einsatzgebiet. Ich sollte mal nachsehen. Ich steigte in die Eingeweide. Das tut mir leid, als ich sie irgendwie beleidigt habe. Ah. Ich will dir nichts tun. Geh. Höh? Also. Hält doch den Mund. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Also, ich sehe schon, wo ich hin muss. Ich weiß noch nicht, wie ich da hin muss. Looks like trouble. Das blaue Symbol steht für Menschenmengen. Ihr seid eine Menschenmenge? Aha. So geht das einfach. Einfach nur hinlaufen. Madame kommt mit. Ja. Die hat ja nichts zu suchen. Sie wird dir Leid holen. Es tut mir leid, als ich sie irgendwie beleidigt habe, Miss. Drexer. Nein! Boah. Mann. Jetzt nimm ihn gefangen. Pass bloß auf. Es tut mir leid, als ich sie irgendwie beleidigt habe, Miss. Ah. Das geht doch. Ich bin nicht angegriffen. Meine Güte. Wie viele Gegner hier aber auch sind. Ist ein bisschen unfair. Na? Na? Oh, das... Das artet ja in... Was? In Angst und Schrecken, ja. Das artet ja in Stress aus hier. Ach, Mann. Ja, ja. Hier sieht etwas aus wie Grompt mit Bart, was? Oh, wie nervig. Einer der Gründe, warum ich froh war, dass das Spiel irgendwann vorbei war. Was teilweise so dumm gemacht ist. Naja. Was. Vielen Dank.